Zwischen 1800 und 1950 wurden Hunderttausende von Kindern als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. So, jetzt machen Sie die Tür auf! Mama! Reissen Sie sich zusammen! Ich war eins von Ihnen, ein Verdingbub. Grüß Gott, Herr Paarer! Ihr achtet aber schon darauf, dass er länger durchhält. Mit Gottes Hilfe wird's schon gehen. Alles, was ich mir wünschte, war eine Familie. Aber das sollte nie sein. Hey, Max! Viele von deiner Sorte hat deine Mutter auf die Welt gebracht. Wenn du dich hier nicht schickst, dann kannst du gleich wieder ins Heim. Das Einzige, was mir blieb, war meine Musik und Berteli. Bis auch sie mir genommen wurde. Ich fresse diesen Dreck nicht mehr! Auf! Auf, Mutter! Du Sauhund! Es ist gut, dass du bei mir bist. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Es gibt Hunderttausende solcher Geschichten. Das ist meine. Die. Wir machen dich! Du sagst des Einerr. Alles, was hat mich immer言. Wir machen dich! Wir machen dich jetzt nicht mehr.